das ist der ob der führte seiner bombardiert hoch hoch wieder ab wo das war scheiße knapp ich glaube es war es noch nicht ich hatte die Mission viel schwerer in der Erinnerung es kann doch nicht alles gewesen sein da oben ist noch einer endlich von hier abschießen zu spät ich glaube ich musste noch von der anderen Seite bekämpfen äh was hat er denn hier so das waren die beiden und nochmal der Tanker vielleicht noch auf der anderen Seite auch noch geschützte der ist jetzt weiter weg das bedeutet der ist schwerer zu treffen und ich hab da die schwerer Regen geschützt da bin ich mir aber nicht sicher ne das sind eigentlich die Gerechen äh list äh habe noch getroffen gut da ist das nächste gut den hab ich auch getroffen geschützt und egal ist alles doch Mist gut kaputt ich bin noch dabei ich bin noch dabei der operator ist da nicht noch ein großes meine Güte etwas nur ein kleines das wird nicht so das Problem sein ein kleines auch kaputt ein großes wird zerstört Das nächste Buße Okay Jetzt würde ich mal schätzen, dass er zerstört ist Ausgezeichnet Ihr seid uns eine echte Hilfe Ohne Echo kann sich der Bau nicht lange halten Und dann liegt die Zukunft der Stadt In unseren Händen Ich helfe doch gerne Okay Was ist das jetzt für hier? Okay Zwei Aufträge erledigt Aber es gibt noch genug andere Gehen wir mal zu Crew hin Oder ja Gehen wir mal zu Crew hin Vielleicht hat der ja noch so einen spaßigen Auftrag für uns Wie der Den Schlüssel wiederholen Der hat nämlich Spaß gemacht Der war witzig Okay Gehen wir mal hier so ein Schiff her Ein bisschen schneller unterwegs hier Könnte ja nicht schaden Ach jetzt kann ich auch noch zu Wohnen auch noch hin Moment Jetzt habe ich aber wirklich eine Riesenauswahl Anaufträgen Und da war noch Ein blinkender Punkt Was doch mal der bringt Dazu wird glaube ich nichts gesagt oder Wow Okay cool Da stand ich ja auch noch ein Schiff her Da stand ich Mit fünf der schlimmsten Metallschädel Du bist unglaublich Ja ich weiß Kratz mich mal Schum Ich hoffe das habe ich nicht gesehen Der Goldlöckchen Eine Bestie wie du ist genau der Richtige für eine gefährliche Aufgabe Hier im Havenwald sind Kampfmetallschädel gesichtet worden Diese Scheusale sind speziell getarnt und schwer zu entdecken Aber mit deinem Killerinstinkt schaffst du das sicher Geht in den Wald und erledigt sie alle Das wurden vorhin auch immer mehr Metallschädel Also ab in den Wald Müssen wir zum Wald nicht eher da lang Keine Ahnung wo mich jetzt das Symbol lang Wo mich das Symbol lang äh führen wollte Aber zum Wald geht es doch hier lang Ja Sagt mir das Symbol jetzt auch Also lang da So Los geht es Und er slängt Da ist er verschlummt Da ist er verschlummt Oh da gibt es Jakos Die kennen wir auch noch aus dem ersten Teil Okay Diesen Teil des ähm Der Stadt waren wir auch noch gar nicht Hier fliegen wir das erste Mal lang Oh das sind noch mehr Jakos Und ähm Hier rechts Wir könnten ja noch ohne hin Aber ich gehe jetzt zum Gebirge Und danach geht's Danach gehe ich zur Werkstatt Oder Ja Das klingt nicht schlecht Aber wie gesagt zuerst zum Gebirge hin Und da sind wir auch schon So gut wie da Die Rampe noch hoch Und aussteigen Gut dass wir draußen Sobald werden wir auch nicht mehr besucht Start wird verlassen Speziell getarnte Metallschädel Das klingt ja ziemlich fies Wenn ich ehrlich bin Nach wie vor eine stylische Kamera Fahrt nach oben Okay Die Version kennen wir ja Ah Und ich so brauche ich gerade gar nicht Speziell getarnt Hier ist noch einer Wow Gut zwei getötet Oh das sind genug Von hier hat doch einer geschossen Ganz ehrlich mit Nex ist das Ganze nicht sehr schön zu spielen Oh Kack Hier sind viele Von hier hat doch jemand geschossen Da Okay Okay Leben Hat jemand Leben für mich Ist da hinten einer Ja da hinten sieht man's sogar Glaube ich Ah ne ist ein Schmetterlinge Hm Ist hier gleich jemand Hallo Ja Hier ist er Hallo Ich hätte von dem anderen Vielleicht die Von dem anderen vielleicht Die Schädelsteine einsammeln sollen Aber Ach egal So wichtig ist das jetzt auch nicht Okay So das Problem sind die Gott zu Dank nicht Blöd wird nur Wenn wir Nachher einen Übersehen haben Und den dann suchen müssen Hallo Da hinten sind auf jeden Fall noch welche Und ich hab von rechts was gehört Da ist einer Hallo Du da Bist du schon groß? Von meinem Jetzt aber Ich aber auch fast Das ist das Problem Da ist einer Ich sieh's doch Was Da rechts? Ne Das ist ein Schmetterling Da bist du Gut Ah Wieder Lags So die letzten Schüsse Gangen glaube ich von hier hoch Oder noch ein paar Schüsse Viel mehr Also wir haben noch nicht die Hälfte erledigt Hier Ich nehme mir jetzt einfach mal an Das waren alle aus diesem Gebiet Oder? Ne Doch Ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube schon Und sonst müssen wir halt noch mal in dieses Gebiet hier rein Aber erstmal würde ich schätzen Das waren alle 11 getötet 19 aneinander Das könnte angehen Vielleicht ist ja auch auf dem Weg dahin noch jemand Wir werden sehen Also hier ist auf jeden Fall einer Und hier sind die anderen Hier muss man zwar ein paar Mal mehr treffen Aber Die können nicht so weit schießen Und die bringen sich auch gegenseitig um Die Metallschädel Das ist auch sehr schön Ich habe so ein bisschen Angst Weil ich darf kein einziges Mal getroffen werden Ja Ich komme hier hoch Ich komme hier hoch Oh Gefährlich Ich werde abgeschossen Ich sehe auch von wo Ich sollte da aber trotzdem nicht Hindlings hinsprinten Weil auf dem Weg können auch noch welche sein Ist da links einer? Nee Es sah ihm das aus Doch da ist einer Ich sehe Ich sehe es Ich sehe es Der ist hier Der ist hier Da Da Gut Ich beginne mal zur Kiste Hände in der Hoffnung Dort ist ein Leben drin Was nicht der Fall ist Gut Gut Der ist auch erledigt Dort Irgendwo Oh Wow Wow Das war knapp Der hat mich mal erledigt So Neun Stück nur noch Hier waren wirklich viele in diesem kleinen Gebiet Ich glaube das waren jetzt alle Ja Ja Ich glaube schon Also Weiter Wow Scheiße Den habe ich wirklich nicht gesehen Also Auf ein neues Aber die Waffe ist schon sehr gut dafür Na klasse Jetzt habe ich kaum noch Munition dafür Na ja Aber was ist drum noch Letztendlich habe ich noch die Und das ist ja auch eine Distanzwaffe Also los geht's Ich gehe jetzt mal woanders runter Ich weiß ja hier sind ordentlich viele Hier ist zum Beispiel schon da einer Und hier links ist gleich der nächste Kommt auch Halke Sau Versteckt sich da von mir Hier hinten sind auch durchaus ein paar mehr Das ist mir aber auch klar Yes Da ist noch einer Du bist auch tot Okay Du Ich gehe jetzt mal schön Aber Junge Munition Da Durch das Schießen verraten die sich auch noch so ein bisschen Wow Ich habe gesehen dass du da rechts lang gekommen bist Du bist nicht so ein guter Versteckspieler wie du denkst Bis zum nächsten Mal Ich gehe jetzt